Bitte zurück zu Gasse 9, äh, zu hier, Flughafen auftanken. Und, haben wir schon ein bisschen Schrott produziert? Joa, ein bisschen. Gucken, was kommt denn dahinter noch? Noch ein Samurai, aber auch keine Luftabwehr, also er hat da nicht so wirklich viel. Was mache ich denn? Ich mache einfach mal hier. Wir haben es ja... Oh, falsche Richtung. Wir haben es ja... Hier noch einen Langstrecken-Bomber. Da mag ich mich nicht hintrauen, da da schon zwei, zwei Komet-Einheiten. Das ist mir ein bisschen gefährlich. So, wir können mal gucken, was er denn da hinten noch hat, was denn da noch kommt. So, Moment, den schicken wir gerade mal zurück. Na komm. Und, rein da. Na, Ladelist ist auch fast wieder... Oh, Moment, wir haben unsere... Haha. Äh, so die... Boah, jetzt... Jetzt komme ich wieder durcheinander. Moment, der muss auch noch auftanken. Die beiden wollte ich nach da hinten mitschicken. Wo ich nicht glaube, dass ich da noch Bedarf für habe. Äh, noch ein Luftüberlegenheitsjäger. Der muss auch noch auftanken. Jetzt wird es langsam ein bisschen voll hier. Moment. Ausladen und zurück. Haben wir den schon mal aus den Füßen? Ach ja, Moment. Platz machen. Keine Ahnung, die müssen einfach nur weg hier. Ich habe eh zu viele Einheiten. So, landen. Ausladen und zurück. Das machen wir hier auch mal. Kann der hier landen? Ne, da stehen noch die... Die Einheiten rum. So, keine Ahnung. Es ist einfach nur weg mit den Einheiten. Weg, 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 weg. Platz machen. So, jetzt aber landen. Ausladen. So, ich sehe gerade die Energie von den Transportern. Ist langsam auch so ein bisschen... Äh, ich würde nicht sagen kritisch, aber... Man sollte mal drüber nachdenken, die demnächst eventuell mal nochmal aufzudanken. Und zurück damit. So, die brauchen noch ein bisschen. Genau, hier wollte ich ja noch. Haha. Alter, schießt der ja eigentlich jedes Mal, wenn hier ein Flugzeug vorbeifliegt. Da muss der ja mal... ...muss der ja schon ordentlich reingehauen haben. Aha, zwei haben gereicht. Sehr schön. So, dann können wir die restlichen beiden noch als Speer einsetzen. Ja, komm. Jetzt melde mir bitte nicht jede einzelne Einheit. Ich möchte, dass... ...dass der durchfliegt. Ach ja, die haben ja so ein großes Radar. Gut, aber da sehe ich nur... ...nur diese Transportflugzeuge. Flugzeuge, die sind eigentlich kein Problem. Was ist das? Ah. Hier habe ich schon einen Spähpunkt für meine... ...für meine Artillerie gefunden. Sehr schön, sehr schön. So, Flugabwehr dürfte eigentlich bis hier nicht reichen. Alles klar, dann können wir ihn da oben mal ein bisschen einheizen. Feuer frei. Ah, ich wollte schon sagen. Nur noch der eine steht. Ja, alles klar. Ich glaube, hier brauche ich mir keine Sorgen machen. Hier habe ich jetzt sogar einen Speer. Die hole ich nachher noch runter. Gerade nochmal kurz auf Pause gehen. So, die kommen noch zurück. Die kommen noch zurück, oder? Warum, warum, warum ist der, warum ist der falsch rum? Der ist falsch rum. Warum ist der falsch rum? Ach, egal. So, die sind wieder auf dem Hinweg. Ja, die Schiffe kümmere ich mich später drum. Den kriege ich nächste Runde. Das hatte ich schon. Habe ich meine... Moment, die Bomber, die wollte ich noch. Genau, ich hatte den einen Bomber hier noch. Habe ich noch mehr, die ich nicht benutzt habe? Ja, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Gut, okay, dann können wir hier noch ein bisschen Terror machen. Na. Was haben denn hier die beiden Buggys? Mache ich mir keine Sorgen drum. Die nächsten beiden Buggys werden wohl auch nicht so der Hammer sein. So, dann können wir hier noch ein bisschen Stunk machen. Sehr gut. Ordentlich Energie abgezogen. Den holen wir auch mal nach. Das gleiche nochmal. So, und der kann schon mal wieder auftanken. Kann ich hier gerade mal gucken. Genau. Die sind energiemäßig wieder voll. Nur keine Bewegungspunkte mehr. Macht aber nichts. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen Platz wieder. Weil die Ladeliste wird langsam voll, glaube ich. Dabei geht eigentlich. So viel ist da gar nicht drin. Müsste aber jetzt ja auch alles mittlerweile wieder aufgetankt sein. So, die schicken wir auch mal gerade hier auf die Seite. Die Ghosts. Kann ich gerade auch nichts mit anfangen. Wir schicken nochmal zwei Genome nach da oben. Einfach nur zum Spähen. So, die waren aufgetankt. Der muss noch auftanken. Okay, der hat keine Bewegungspunkte mehr. Aha, aha, aha. Und der muss auch noch zurück. Ich glaube, wir haben es. Ja, ja, ja. Es ist... Ich bin noch gleich fertig. Keine Sorge. Ich glaube, wir haben es gleich. Ja, komm, die lasse ich mal so. Gerade überlegt, ob ich die vorrücken soll, aber... Das lohnt ja nicht. Moment, die schicke ich mal hier. Ich kann denen mal in den Rücken fallen. Dann kann ich schon mal diese... Die Flugzeuge hier abschießen. Ach, alles Pille-Palle. Alles gar kein Problem. 25 Sekunden noch. Dann können wir hier noch... Der ist... Moment, der ist leer. Kann ich den wenigstens noch landen und beladen. Das würde mir dann bei der nächsten Runde ein bisschen Zeit sparen. 16 von 25. 22 von 25. Okay, das bald ist aber... Das ist der letzte Ranger. Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. Ja gut, der hat keine Bewegungspunkte mehr gehabt. Viel mehr hätte ich hier eh nicht machen können. Oh, wer schießt? Ah. Das ist für dich. Und der nächste. Hinüber. Einheit beschädigt. Was? Ach so. Einheit vernichtet. Oh. Was? Was? Was war das denn? Ach, die Buggies. Okay. Dann hätte ich sie doch nicht unterschätzen sollen. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Muss ich gerade mal... Halten Sie 15 Runden durch, bis Hilfe kommt. Nach 15 Runden muss Ihre Wasserpumpstation noch stehen. Die Eisenerzmine muss noch stehen. Das Stahlwerk muss noch stehen. Die Aldini-Mine... Okay. Deswegen haben die meine Gebäude angegriffen. Und fast hätten sie meine Eisenerzmine auch erwischt. Naja gut, nicht ganz. Nicht ganz. Äh. So. Ah, gut. Okay, dann schicke ich die hier nochmal auf. Ach ja, nein. Komm, jetzt sag mir nicht jeder einzelne eine dann. Die sollen hier nochmal ein bisschen spähen. Ähm, genau. Moment. Die Exterminators kann ich wieder einsetzen. Der auch nach vorne, der nach vorne, der zurück. Nein. Ach, dammit. Rein da. So. Äh. Der muss auch noch da rein. Alles kein Problem. Alles kein Problem. So, der ist voll. Und das gleiche Spiel wie sonst auch immer. Same procedure as every round. Und der letzte. Und zurück. So, ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, dass die nochmal alle zurückfliegen, aber... Was soll's. Hier brauche ich sie im Moment auch nicht. Von daher lasse ich sie mal fliegen. Na. Den hier wollte ich. So, wieder Platz gemacht. Ähm, genau. Den wollte ich noch runterholen. Ah, das war's schon. Okay. Da war noch... Genau, hier war noch ein Scharfschütze. Hallo? Warum treffe ich den denn nicht? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wie kann man den denn von da aus nicht treffen? Hä? Was? Äh, okay. Vielleicht von hier? Hallo? Ähm. Der unbesiegbare Scharfschütze. Nee, geht nicht. Na gut. Dann halt nicht. So, der geht wieder zurück. Den brauche ich gerade nicht. Genau, dann kommt hier wieder mein... Mein Bomber-Schwadron. Oder wie auch immer man das bei Bombern nennt. So, der kann noch ein Stück. Der muss wieder zurück. So, diesmal mache ich keine halben Sachen. Nämlich da eben hier unten schon wieder Einheiten verloren. Das finde ich langsam nicht mehr witzig. So, dann kann man noch den Schrott davon einsammeln. So, das war die vorderste Front. Jetzt sind die nächsten dran. Ähm, gut. Gut, wir hatten hier aber noch welche drin, oder? Der war wieder voll. Fast zumindest. So, was ist mit dem hier? Der hat keine Aktionspunkte. Der hat... Der hat noch... Ähm... Okay, die beiden habe ich gerade reingeschickt. Das ist relativ einfach. So, der hat... Gucken, ob ich hier noch einmal schießen kann. Das würde mich ja freuen. Bö? Hallo? Warum kann der denn nicht schießen? Ist doch genau drin. Aha. Jetzt geht's. So. Der darf wieder zurück- und auftanken. Und der kann noch einmal schießen. So, gerade mal Platz machen hier. Soll ich dem jetzt noch einen reinwirken, oder soll ich da hinten mal? Ich glaube, ich hau hier hinten mal richtig rein. Dieser Samurai, der kann theoretisch ja auch auf Flugzeuge schießen. Er kann sogar praktisch, also von daher. Er macht's nur nicht, weil er vermutlich sämtliche Bewegungspunkte aufbraucht. Äh, zum Bewegen. Seltsam weißen. So, alles klar. Was hätten wir? Die parke ich da mal. Äh, ne, ne, ne. Sollen wir das? Sollen wir das? Hab ich hier schon gefeuert? Ne, hab ich noch nicht. Aha. Ah, dann pass auf. Gibt's noch einmal eine Barrage. Wo schießt man denn hin? Ah, hier. Einfach mal in den Haufen rein. Das guck ich mir mal an. Haha, so viel Zeit muss sein. Finde ich herrlich. Herrlich Artillerie-Sperrfeuer. Mein Lieblings-Sperrfeuer. Oh, guck. Hat sich doch gelohnt, dass ich hier... ...die Speer aufgesetzt hab. Oh, guck an. Der feine Herr. Was zaubert der denn da aus dem Ärmel? Es lohnt sich immer Speer zu haben. Guck mal an. Okay, die sind nicht in Reichweite meiner Artillerie. Und die werden auch... ...wenn man den Bogen sieht, wenn die hier außen rumfahren... ...werden die auch nie in die Reichweite meiner Artillerie kommen. Okay, ich glaub, das hier oben hab ich mit den Bombern ganz gut im Griff. Kann der sich nicht mehr... ...der kann sich nicht mehr bewegen. Ähm... Was mach ich denn da? Okay, ich könnte meine Kurzstrecken-Bomber auf die ansetzen. Aber haben die irgendwelche Luftabwehr? Ja, zwei Samurais. Obwohl das eigentlich kaum gefährlich ist. Ah, okay, Moment, Sekunde. Bevor sie mir gleich wieder dazwischen schwafelt. Eine Minute bis zum Ende des Zuges. Mama. Mach ich hier mal kurz Pause. Also das Hauptquartier haben wir eben weggebombt. Ich denk mal, hier... ...da kommt auch nix. Ich meine, hier ist noch ein Flugabwehrpanzer... ...und ansonsten... ...Infanterie, was... ...hat er ja keine Chance. Da ist eigentlich auch die Artillerie verschwendet... ...an der... ...an der Infanterie. Ich glaube... ...ja, ich glaube, das mache ich auch. Ich gucke jetzt mal, dass ich ihn hier aufhalte... ...mit meinen regulären Einheiten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Oh, die End ist getroffen worden. Worum sagt mir das denn keiner? Sie wünschen, Sir. Ein Untertag zum Kämpfen. So, dann mache ich hier mal ein bisschen... ...stelle ich mich mal bereit. Flugabwehr... ...genau, dann kommen die Pulsare mal... ...mehr so dahin. Dann lasse ich die, glaube ich, nächste Runde mal nicht schießen. Beziehungsweise lasse ich die gleich mal... ...da hinten hinschießen. Ja, mittlerweile sind es so einigermaßen Reichweite. Ja, ich lasse die mal bis hier irgendwo ziehen... ...und dann... ...können die nochmal feuern. Okay, Speer lasse ich da. Gut, dass ich die da habe. So, das habe ich im Griff mit meinen Bombern. Dieser Scharfschütze ist... ...naja. Sneaky. ...und... ...ansonsten... ...gibt es hier, glaube ich, nichts zu tun. Gut, dann gucke ich für die letzten paar Sekunden nochmal hier. Ob ich hier nicht irgendwas machen kann. Ach ja, den kann ich schon mal. Oh, gut. Gut, dass ich geguckt habe. Das hat sich gelohnt. Den nochmal zu schicken. Gut, immerhin. Also, was, 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 was tut sich hier? Ach, meine Sichtreichweite hat sich wieder verringert wegen irgendwas. Wetter oder was weiß ich. Das, warum trifft der mich und ich ihn nicht? Ist unfair. Mal gucken, ob ich die nächste Runde erwische. Da tut sich gar nichts. Ja, hier kommt er langsam näher. Das gefällt mir nicht. Das ist natürlich auch mies. Ich habe jetzt hier mit ihm gerechnet, weil normalerweise kommt er auch da lang, aber... Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Normalerweise liegt hier auch nicht so viel Schrott, dass er nicht mehr durchkommt, von daher. So, jetzt muss ich die erst nochmal ausspälen. Immer weiter, Sir. Alles klar. Naja, das reicht erstmal. So, dann. Artillerie. In Reichweite bringen. Und ihn Stellung bringen. Und, oh, da fehlen noch welche. So, wo können wir dann mal schön hinschießen? Ich glaube, hier einfach mal auf den Samurai. Samurai sind gar nicht mal so ungefährlich. Sehr gut. Joa, das können wir so lassen. Die kriege ich schon klein. Zur Not könnte ich aber auch nochmal meine Bomber da vorne hinschicken. Meine Kurzstreckenbomber. Kann auch nicht schaden. Ach, der hat noch ein paar Sichtungen gemacht. Okay, kein Problem. Gut, da habe ich jetzt aber auch nur zwei von. Hier haben wir noch, ah, noch eine Langstreckenbomber. Guck mal an. Ja, obwohl, da, dieser Komete, der macht mir ein bisschen Angst. Ne, den lasse ich mal hier. Oder zumindest hier so. Ich glaube, der hat, ja, der hat eine gute Sichtreichweite. Das ist ein besserer Speer als die hier. Ja, ich glaube, der könnte mich sogar treffen, da. Der Kampfpanzer. Das wollen wir mal nicht riskieren. So, das sind die Bomber. Dann haben wir die Langstreckenbomber, genau. Ich auch mal gucken. Moment, den, wo ich ihn gerade sehe. Man vergisst und verliert so leicht Einheiten. Das ist unfassbar. Ich sag ja, die ganze taktische Übersicht fehlt so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch quasi, wenn man so will, ein Spielelement, dass man halt ein bisschen auf seine Einheiten achtet und weiß, was wo ist und auch sich selber organisiert. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass einem das Spiel das schon sagen wird, wenn es denn irgendwo was zu tun oder zu sehen gibt. Ah, Moment. Der muss noch da weg. Ist noch auftanken. Ich hoffe, den kriege ich bis hier. Jawohl, passt. So, dann haben wir noch mal zwei, ne, drei Langstreckenbomber. Okay, der hängt da irgendwie fest.